... welcher auch im Namen von United Airlines und Lufthansa durchgeführt wird. Mein Name ist Karina Einzling, ich bin Ihr Mächte, Gavina, auf diesem Flug. Kapitän Waldvogel und der Rest der Besatzung begrüßen Sie herzlich an Bord dieses Airbus 340. Unser Flug nach Miami heute Nachmittag wird ca. 10 Stunden und 35 Minuten dauern. Bitte vergrüßen Sie sich jetzt, meine Damen und Herren, dass Ihre elektronischen Geräte, insbesondere Mobiltelefone, ausgeschaltet sind. Danke. Wir freuen uns, dass ihr heute unser Gast an Bord seht, die ganze Besatzung wünscht Ihnen in einem angenehmen Flug. A very good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard this Western Starlines flight, which is also being operated on behalf of United Airlines and Lufthansa. My name is Karina Einzling, I'm your Mächte, Gavina, on this flight. Kapitän Waldvogel and the rest of our crew would like to say hello to you and welcome you aboard our Airbus 340. Our flight to Miami this afternoon will take around 10 hours and 35 minutes. Ladies and gentlemen, please assure all electronic equipment, especially mobile telephones, are switched off at this time. Thank you. We are happy to have you both with us today and we wish you a very pleasant flight. Thank you. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020